Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dunam-Bude. Ist Zeit für den fünften Adventskalender. Eher gesagt, die fünfte Folge davon. Wieder dreimal Turbo-Start heute. Mal gucken, ob wir heute schon das dritte Florgeski-Turbo haben. Letztes Mal habe ich Holo gesagt. Oh, viele zwei Rares, da hatte ich bisher immer eine besondere Karte dabei. Mal gucken, war das voll Riegel-Artwork, das finde ich cool. Ich meine, guck, Sajan, das schläft einfach auf so einem Stapel Feuerholz. Das ist voll niedlich. Und wir haben... Ich bin raus. Ich bin raus hier. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin wieder da. Ich war gerade kurz zack, um irgendwen anzuschreien, weil ich so getriggert bin. Ich werde vermutlich ab sofort ein florges Turbo-Counter einblenden, auch wenn ich dann nach dieser Folge nur noch neun Packs von diesem hier habe. Ich schreibe mir hier mal drei Striche hin. Yay. Waschak-Deal. Und das war das erste Pack heute. Ähm, ich bin absolut nicht getriggert. Ich habe den größten Spaß meines Lebens. Kommt jetzt mal die Ausnahme dazu, dass in, äh, Packs mit einer Rare nie was Besonderes ist? Nein. Ein Dodri. Dann. Ich hatte aber auch noch keine Folge ohne ne besondere Karte. Und auch gefühlt keine Folge, in der diese besondere Karte kein Florges war. Ähm, ähm, so. Hier hätten wir dann einmal... Oh, ich dachte kurz. Es ist schon wieder ne Turbo. Aber ein Prigaron diesmal. Und kein Florges. Wenn ich zweimal Florges Turbo in einer Folge ziehe, äh, dann bin ich richtig, äh, raus hier. Ähm, ja, wir sehen uns, äh, nächstes Mal wieder bei, ähm, zieht Günther schon wieder ein verschissenes Florges. In Turbo und hat dabei seinen Spaß. Bis dann.